Yes, what's up, ladies and gentlemen, mein Name ist Alex Reed und willkommen zurück auf meinem Kanal, auf dem ich euch fit fürs Auflegen, fürs Produzieren oder für die ganze Nightlife-Welt mache. Heute geht es um das Thema Ibiza. Urlaub für DJs, aber nicht nur für DJs, sondern für alle Menschen. Ihr habt ja sicherlich schon mal von dieser sagenumwogenen Insel Ibiza gehört. Und das Ganze ist in den frühen 90ern entstanden. Das heißt, das war so gesehen das Mecca der House-Music. Wer Ibiza war, war House-Music. Wer House-Music war, der war auf jeden Fall auch auf Ibiza. Ja, generell war es früher halt wirklich so, dass die ganzen großen Sounds, die ganzen Clubs und die Hits im Elektroschen, wirklich diese House-Music da nicht die Geburtsort war, aber wirklich ein Mecca der House-Music war Ibiza. Es hat sich in der Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Gerade in den letzten Jahren sind halt die Läden, so habe ich es gemerkt, und auch meine Leute, mit denen wir da waren, etwas kommerzieller geworden. Das heißt, es wurden mehr kommerziellere Lieder, mehr mit Gesang gespielt. Es hat sich etwas verändert. Es sind sogar einige Hip-Hop-Clubs aufgemacht worden, wo klar die Mädels dann so ein bisschen shaken können. Wir müssen das jetzt einmal betrachten als DJ und als, ja, für, ich sage jetzt mal normalsterbliche Leute, also für die Urlaub machen möchten. Urlaub machen musst du dir vorher darüber Gedanken machen. Und das gilt genauso als DJ, wenn du wirklich das durchziehen willst, dann ist es immer noch so, dass das sehr hauslastig ist. Das heißt, es gibt viele Läden, in denen normale House-Music läuft, wo teilweise kein Gesang ist, wo vielleicht auch Techno gespielt wird, wo es dir fremd ist. Also wenn ich jetzt daran denke, dass ein großer Radiosender hier bei uns im Ruhrgebiet aus Köln da wirbt, Ibiza, wir schicken euch da hin mit den geilsten Partys, mit den geilsten DJs, eure Musik, eure Party, tschum. Ja, aber dann in dem, die haben noch einen so einen Spruch gebracht während des Radiospots. Ich glaube, das ist Ibiza. Und dann lief da Avicii im Hintergrund, da lief dann, keine Ahnung, also liefen dann die Radio-Hits. Das ist aber nicht so. Also in manchen Clubs schon oder auf kommerziellen Events, aber wenn du ins Normal, ins Privilege oder wenn du ins Pasha gehst, da hast du nicht viel von diesen kommerziellen Dingen. Da ist es dann noch wie früher, da ist dann mehr House-Music, nicht? Und davon darf man sich auch nicht dann verleiten lassen. Aber im Grunde, also pass auf, das ist jetzt nicht wie Mallorca oder Ballermann, auch wenn es die gleiche Sprache da ist. Da wird dann weniger Party-Musik oder Tracks gespielt, die du vielleicht kennst. Das ist dann wirklich ein bisschen elektronischer, so für Liebhaber. Die werden damit sehr gut zurende kommen. Aber wenn du das erste Mal da bist, lass es dir gesagt sein, das könnte auch ein bisschen unkommerzieller da sein. Wenn du das planst, guck auf die Kohle. Denn die Eintrittsgelder sind da, auch wenn es ein Euro ist, teilweise teurer. 50, 60, 70 Euro für einen Abendeintritt oder für eine Art Festival ist da keine Seltenheit. Die Getränke sind natürlich auch da ein bisschen angepasster. Es gibt zum Beispiel eine Strandbar. Es gibt ja an der Playa den Bossa, wo sich alles abspielt. An der Strandbar gibt es natürlich auch verschiedene Outdoor-Locations, wo den ganzen Tag über DJs spielen, wo du Party machen kannst, auch abends. Die haben teilweise seltsame Tag-Nacht-Tarife. Das heißt, um 16 Uhr, um 4 Uhr nachmittags schwenkt das dann vom Tag-Tarif auf den Nacht-Tarif. Und wenn du Pech hast und du bist fünf Minuten zu früh oder zu spät, dann hast du eine Differenz von 4 Euro pro Bierflasche. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Nacht-Tarif fängt dann um 16 Uhr an. Ist schon ganz interessant. Du kriegst halt auch das gleiche Bier, nicht? Also, wenn du als DJ da hinreist, dann ist es ganz interessant. Du musst aber auch wissen, wo die Leute sind und mit wem du da hinreist. Bedeutet, es gab früher immer das IMS, International Music Summit. Das ist ein, ja, so wie die ADE in Amsterdam oder die WMC in Miami, ist es das Event, wo die Großen der Music-Branche zusammenkommen. Das war früher immer im Hardrock-Hotel, direkt an Playa den Bossa, ganz relativ weit hinten dran. Ist jetzt nach Destino Pasha Ibiza ins Resort gezogen. Das heißt, es ist ein bisschen Richtung Talamanca in die Innenstadt. Sind ungefähr acht Kilometer von Playa den Bossa. Und ja, verändert hat sich da wenig. Es ist eine Art Minimesse. Es gibt Vorträge, meist auf Englisch. Das Management ist da von den ganzen Künstlern. Die Künstler selber sind teilweise da. Auch ein Pionier stellt in der Regel da Geräte aus oder denen. Ja, es ist halt so ein bisschen eine kleine Fachmesse. Aber auch da in einem Außenbereich mit vielen, vielen Partys, wo man einfach Leute trifft am Strand. Und man kann dann in der Regel auch bei gutem sonnigen Wetter den ein oder anderen Cocktail mit einem ganz witzigen Zeitgenossen da trinken. Ja, also die ganz großen Dinger sind für dich natürlich auch, du sollst da natürlich auch Party machen. Und es ist auch Urlaub. Das heißt Pasha, Ushuaia, DC-10, Amnesia, Privilege. Das sind die größten und fettesten Dinger der Welt. Das sind die größten Clubs, wo die heftigste Technik reingebaut wird. Wo teilweise auch von Firmen das als Technik-Testszenario genutzt wird. Das heißt, wir haben hier eine neue, weiß nicht, jetzt hier CO2-Kanonenmaschine gebaut. Und die installieren wir jetzt im Privilege. Und da wird dann halt im Grunde, wird dann das getestet für die Nachwelt. Davon sind nicht immer alle auf. Das heißt, das, was auch auf der ganzen Welt mit Clubsterben zu tun hat, ist natürlich bei Ibiza nicht anders. Da gibt es auch nicht mehr alle von, gerade wie es früher war. Aber da gibt es auch einschlägige Seiten, auf denen du dich da mal ein bisschen informieren kannst, welche Clubs noch da sind, wer wann wo spielt. Und damit entscheidet sich natürlich auch die Frage, wann fahre ich denn da überhaupt hin. Denn Vorsaison ist günstiger als Hauptsaison. Ist ja ganz logisch. Aber die IMS, diese Fachmesse, die ich gerade angesprochen habe, die unterscheidet mehr oder weniger die Hauptsaison von der Vorsaison. Zumindest war es in den letzten Jahren so. Das heißt, wir sind immer die letzte Woche abschließend mit der IMS da gewesen als große DJ-Truppe. Haben so gesehen die Saison damit eingeläutet. Weil das war die letzte Woche, in der, also ja, ich war sonst immer in diesem, Achtung, Werbung, Sirenes Goleta Spa. Das ist direkt an dem ersten Anleger im Playa den Bossa. Also ich weiß gar nicht mehr, das waren so 500, 600, 700 Euro für so ein Doppelzimmer in der Woche mit Frühstück. Also völlig in Ordnung, plus Flug selbstverständlich. Du bezahlst fast das Doppelte eine Woche später. Also da kriegst du unter 1000 Euro, kriegst du dann nirgendwo mehr ein Zimmer. In einem Hotel, was jetzt noch ganz angenehm ist. Auch direkt Playa den Bossa. Also das sind nur meine Erfahrungen, wie ich das sonst mal gehandhabt habe. Flughafen war auch nicht weit weg, deswegen war das eigentlich sehr, sehr gut. So wie wir das immer gehandhabt haben. Und von da aus, kommen wir auch zum nächsten Thema, sind wir auch immer direkt an so einem Bootsanleger und hatten da diese Ocean Beat Partys mit vielen Freunden. Also man lernt natürlich dann auch, wenn du einen kennst, dann gehst du dann mal tagsüber irgendwo was feiern, was trinken. Dann gehst du nachmittags wo irgendwas essen. Oder wenn du ausgekatert hast, dann kommst du bei anderen Leuten dabei. Also versuch dich da an Leute, die eh nach Ibiza fliegen, ranzuhängen. Die kennen in der Regel auch immer andere Leute. Oder du lernst da welche kennen. Ey, bist du nicht der XY? Ja, ist klar. Und man kommt sich irgendwie dazu gegangen. Das ist halt auch Meet & Greet, könnte man das so fast schon sagen. Also für mich war es immer nicht viel Urlaub. Es war relativ arbeitsreich und es war relativ kostspielig. Bei mir ist es jetzt noch eine Sonderfunktion. Für den Sommer habe ich natürlich immer viel Fitness betrieben, Waschbrettbauch und so einen Scheiß. Und das war natürlich dann auch Doppeltarbeit. Form, Connection, Geld, Party. Vielleicht hast du auch nicht immer unbedingt jeden Tag Bock auf Party, aber du denkst, ey, da sind geile Leute. Die wollte ich schon immer mal hören, die anderen DJs. Oder ich wollte die schon immer mal kennenlernen, dann gehst du halt trotzdem damit. Ja, friss oder stirb so gesehen. Also man muss sich da, wenn du das richtig durchziehst, mit anderen Leuten, mit einer DJ-Connection, kann das schon hart werden. Das kann auch teuer werden. Vielleicht geht es dir am nächsten Tag auch nicht ganz so gut. Aber ist auf jeden Fall, so ähnlich wie das Oktoberfest, man sollte auf jeden Fall einmal da gewesen sein. Aber du sollst natürlich auch auf der Seite keine Wunder erwarten, wenn du alleine da hinfliegst und du wenig Leute kennst, dass dann da auch wenig passiert. Hast du eine Connections und kennst die DJs, die vielleicht sogar in Pasha spielen? Ja, kein Promi, schreibt ihr auf Gästeliste. Wupp, 50 Euro gespart. Kommst du hinten in den VIP-Bereich rein, kriegst vielleicht doch mal ein, zwei Getränke. Dann ist das was ganz anderes. Vor allem stehst du dann auch bei interessanten Leuten, die vielleicht auch mal da hingehen und zu einer XY-Party da kommen. Du merkst, worauf ich hinaus möchte, wenn du da nicht, wenn du wenige Leute kennst. Und das ist halt deine Aufgabe, das ganze Jahr über mehr oder weniger da kennenzulernen, auch Freunde zu finden. Dann hast du da schon Vorteile, weil dann lernst du wieder andere Leute kennen. Und dann ist es, wenn du als DJ, als Marketingzweck da mal hin möchtest, dann macht das Sinn. Möchtest du mit deiner Freundin da Urlaub machen und mal so ein paar, die große Getter-Party im Ushuaia mitmachen, auch nice. Kannst du es gerne mal machen. Aber du musst dir halt vor auch so ein bisschen Gedanken machen, warum fliehst du denn da hin? Und ja, also wie ich gerade sagte, Urlaub, ja, also du kriegst natürlich ein bisschen Bräune ab und ist auch ganz nett, auch ganz schön. Mach dir Gedanken, warum du da hin möchtest. Aber ich sage dir, einmal im Leben solltest du auf jeden Fall nach Ibiza geflogen sein und das mal so mitgemacht haben. Das wäre es dann für heute schon gewesen. Hat dir das gefallen? Hat dir das einen Mehrwert geboten? Habe ich eigentlich nur Stuss erzählt? Denkst du da anders drüber? Dann lass mir einen Kommentar oder deine Meinung unten in den Kommentaren da. Ich lese mir durch. Wir schreiben da gerne drüber. Würde mich mal interessieren, wie euch das Format jetzt aktuell so gefällt. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles Gute, euer Alex. Alles Gute, euer Alex.